Hier sind wir in Pranburi und fahre dann rechts Richtung Pranburi Dam. Hier sind wir wieder bei einem Tempel, ganz in der Nähe des Pranburi Dam Dam. Pranburi ist, weil die Stadt und die Region so heisst. Unglaublich schön eben. Willkommen. Ein riesiger, goldiger Tempel. Schön hinter der Berge. Eine wunderschöne Gegend. Stegelchen ab, Stegelchen auf. Da sieht es fast aus wie der Bumy Pool. Einfach so wieder in den Pampas. Jetzt hinten ist ein wunderschönes Gebäude. Das sind richtige Geschichten hier. Vielleicht verstümmen sie irgendwann. Und das mitten in der üppigen Landschaft. Wie man hier sieht. Es ist aber wunderschön mit dir. Es ist wunderschön, ja. Welche ist anders als die anderen? Könnte man hochfahren, aber das machen wir mal. Die stören wir jetzt nicht. Unenglaublich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. B cyclingleian ...